so lecker ich habe einen stuhl gefunden bei ebay klein anzeigen ein sehr guter stuhl der kostet 285 euro plus abholen neu kostet 1500 abholen kostet noch mal ein hunni und sprit werde ich mal nächste woche in angriff nehmen heute ist wieder mal ein kindergebotstag wo wir hin müssen und ach na ja jetzt sagen wir mal gleich jetzt passiert nicht viel das passiert gerade nicht so viel aber das passiert nicht viel meintag ist voll gestopft mit aufgaben ich muss euch noch mal zu karl starten mit anook und habe ich dir versprochen weil die klamotten lieber gestern gekauft haben für die puppe passen nicht ihrer puppe schade die klamotten haben trotzdem abnehmen und natürlich weil wir haben mehrere kinder mehrere puppen also sehen wir es gleich bei karl statt bis dann mal schnell was zum anziehen das ging erstaunlich schnell oder ja weil ich auch nicht beeilt habe und schwupps war das geld weg ich hab nur ganz schnell geguckt zack bumm war das geld wieder weg jetzt fahren wir wieder nach hause und dann schauen wir mal weiter es passt es passt okay unpackaging zapf kreation ich habe das gleiche baby bonn wo le schweinehund der baby bonn schweinehund ist ich ziehe gerade den paul an ich ziehe gerade den paul an dann stehe mal her mit katze und anu sagt sie war es nicht mann wir sind so mal faul hier in der ecke rum ist so ein topik ich war es nicht ich bin reingegangen und ich darf es gar nicht auf den kopf genommen dass sie das gelassen weil sie sonst weint nicht stimmt guck mal ach jetzt mit gewalt ja ich hab's auf Bann ich hab's auf Bann ein roter Ausbruch ah der Echse Stump der sieht so schön aus wenn ihr lacht äh 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 später kann man nicht machen Adoption wer möchte sie haben warte mal wir machen jetzt eine Annikation zum ersten zum zweiten zum dritten leider nicht verkauft zurück wie zu uns? ja würde Bayer sagen zurück zurück? ja dann mach dir mal einen kopf wie du das da unten wieder hinkrieß in der Größe wir machen mal eine Studie so zu mir ich hab Skadi nicht das ach und übrigens war ich das überhaupt gar nicht weißt du ist das schon ein Jahr her oder so nein es sind zwei Jahre her zwei Jahre sind nicht her die sind gerade nur zwei Jahre alt komm raus bei dem Wurzlein Müll auf dem Kopf äh 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 ihr erstes Wort war Müll ich war es nicht du musst was witziges machen wer lacht jetzt verloren lustig hast du schon gewonnen ja so einfach ist das Tommi Tommi Bagdows Xperia XA1 Style Cover Stand Adjustable Viewing Angel Xperia Sony ja langsam werde ich zum Perfektionisten jetzt habe ich mir ja schon hier diese wunderschöne Xperia äh Handy geholt um Instagram zu haben anders funktioniert das nämlich mit meinem Apple funktioniert das alles nicht jetzt habe ich mir dazu nämlich auch noch ein äh wie sagt man eine Hülle besorgt eine originale von Sony weil diese Kopien die sind ja alles schrotter ist ja alles müll feste handelt fasst sich schlimm an die ist heute gekommen gerade eben die packe ich jetzt aus und werde sie um dieses Handy tun dazu habe ich mein kleines Messer dabei ja ha 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 na Tommi weiß wie es geht ja 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 einmal ja da ist es das Ding ist ja selbst mit Hülle gehen mir diese Handys immer kaputt aber ohne Hülle naja da ist es innerhalb von Sekunden wahrscheinlich konnektiert so sieht das aus da ist die Hülle nochmal abgebildet so sieht die Hülle aus ey ich bin stolz finde ich gut freut mich sehr ich habe eine Hülle aber Quatsch über sowas freut man sich total das war's von mir auf zum Kindergeburtstag alle verstaut jetzt siehts los wir gehen jetzt zu Elis Elianas Geburtstag und ich habe ganz schön viele Geschenke sechs Geschenke auf den Kampfs auf den Kampfs schau mal da muss man schau mal schau mal Mama putz der steht Mama woflowola was sagst du dazu deine Mutter putzt muss ja gemacht werden du bist jetzt mal gucken ich sehe gar nicht wo man da kriegen muss ja so ist es ja Alex möchte einen YouTube-Kanal machen bei mir im Keller Verschwörungstheorien ok jetzt wird die ersten ja wie beendet den Tag was war das letzte was ich gemacht habe steckt mir gerade die Frage ja ich habe die Kinder jetzt eingeschläfert quasi mit Hilfe meiner Videos die sind offensichtlich sehr gut zum einschläfern äh jetzt schneide ich den Tag zusammen von heute und das war und dann sehen wir uns morgen also bis dann vielleicht sehen wir uns morgen gar nicht mehr morgen Sonntag ist und ich schneide es im Montag wieder mit rein muss ich mal sehen bis dann ciao